Und jetzt wieder für Sie, exklusiv, aus dem Sendestudio von Südtirol 1. Muss ich mich aber konzentrieren? Südtirol ist leicht gemacht! Oh, Entschuldigung, ich habe gerade eine Kleinigkeit gegessen. Eine kleine Stolle mit Butteraufstrich von Muttern. Aber wir wenden uns wieder dem Ernst des Lebens zu. Mit unserem nächsten Übungsblock. Wenn Sie einen Südtiroler Wein bezeichnen möchten, der aus Trauben mit geringem Fruchtzuckergehalt auf eine etwas nachlässige Art und Weise gekältert wurde und der sich aus diesem Grund optisch wie geschmacklich nicht zu einem Spitzenwein entwickelt hat, dann sagen Sie ganz einfach Lips! Und nun zum Mitschreiben Lips! Und nun wieder ein Fachbegriff aus dem Handwerksbereich. Wir sehen, die Südtiroler Handwerker sind sehr beschäftigt. Wenn ein Südtiroler Handwerker sagen möchte Mit deiner ungeschickten Art und mit deinem dir angeborenen, brachialen Wesen ist es dir gelungen, dieses teure Teil, das ich mir erst vor kurzem gekauft habe und das mich einen halben Monatslohn gekostet hat, so weit zu bringen, dass es nun endgültig nicht mehr funktioniert. Dann sagt er ganz einfach So, jetzt ist hin! Oder? Jetzt hast du es doch hink! Manchmal aber auch Hey, lass ich ein Ibroll, die Griffel drin! Und nun ein Überraschungslaut aus der Südtiroler Emotionskiste. Wenn ein Südtiroler sagen möchte Da hast du jetzt aber gewaltig übertrieben. Alles glaube ich dir nun auch wieder nicht. Oder Also diese Sache nimmt nun Dimensionen an, die ich in keinem Moment für möglich gehalten hätte. Dann sagt er ganz einfach Leck die Fetten! Und nun zum Mitsprechen Leck die Fetten! Tja, unser nächster Begriff kommt aus dem Gastgewerbe. Wenn ein Südtiroler Gast in einem Gasthaus sagen möchte Hallo Herr Ober, in Anbetracht der trostlosen Lage, in der sich mein Glas nun nach der Vertilgung des gesamten Inhaltes befindet, fände ich es durchaus angebracht, wenn sie die Güte besäßen, es noch einmal aufzufüllen. Dann sagt er ganz einfach Leck schmier so, sie luft aus! Tja, womit wir wieder beim letzten Begriff dieses Übungsblockes angelangt wären. Wenn der Südtiroler sagen möchte Ich nehme einen nicht näher identifizierbaren Geruchwahr, der eine negative Auswirkung auf mein Geruchsempfinden ausübt, um nicht zu sagen Hier stinkt's Dann sagt er ganz einfach Du tut's tebeln! Oder Du tut's schmarkelern! Und Magelst du Muffelern! Hören Sie auch morgen wieder rein, wenn Sie weiterhin sagen wollen Ja, dann tut's halt das Fenster auf, da muss ich alles denken, Zierfungo!